Hallo, ich bin Alexa, ich frage Kokosnuss Tausend Obst. Suche neu. Folgendes kommt Kokosnuss Obst. Der erste Artikel ist Yankee-Kendel durch Kerze. Ja. Ich will mich jetzt! Ich will mich jetzt auf der Karte kaufen. Wollen Sie mich schocken? Ich schau! Sorry! Ich habe eine Artikel. Ich will einen Orang kaufen. Ich will einen Orang kaufen. Einen Augenblick. Die Ergebnisse für Orang werden angezeigt. Der erste Artikel ist Saft Orang. Ich habe die Farbe aus. Sie haben die Farbe aus. Das ist das. Was soll ich auch noch einmal probieren? Das ist das. Ich habe das. Ich habe das. Ich guck's jetzt für Strohhal. Alexa, ich will Strohhal kaufen. Möchtest du Strohhal kaufen? Ja. Einen Augenblick. Die Ergebnisse für Strohhal werden angezeigt. Der erste Artikel ist für die Strohhalme. Das weiß ich leider nicht. Was ist Kokosnusssaft? Laut Wikipedia, die Kokospalme oder Kokosnusspalme ist ein tropisches Palmengewächs, an dem die Kokosnussfels ist. Kokosnussifera ist die einzige Art der Gattung. Es gibt verschiedene Sorten. Gibt es? 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 Ich liebe es. mmm yummy yummy Alexa, Sleeves Alexa, Sleeves Orange Danke Zucker First, mein Papi Daibii D 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 Alexa, ich liebe dich. Danke, dass du gesagt hast. Alexa, stopp. Alexa, danke. Danke. Alexa, ich will Kokonaut kaufen. Ein Augenblick. Lass diese Schussung? Ich werde mich über die Einladung von Bexor-Doodle-Hand versuchen, die 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 Karte zu machen. Ich werde mich über die Karte zu machen. Ich werde mich über die Karte auf den Karte zu machen. Ich werde mich über die Karte auf den Karte aufmachen. und schreibt uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.